So, äh, Kapitel 1, Sumpfwasser. Verdammt, ich glaub, sie hieß Irma. Und sie hat wirklich Flügel und ich hör sogar einen Flügelsaum, wenn ich flieg. Moment, hört ihr das auch ganz leise? Tschüss, wie so ein Schmetterling! Also, sie ist halt Irma und sie ist die Kriegerin des Elements. Whoops, seht ihr gleich. Oh, das ist so ein Flugtrank, womit ich unendlich fliegen kann. Flap, 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 jetzt flieg endlich, flieg schneller! Oh, ich kann gar nicht gedrückt halten. Stimmt, ja, ich muss immer Batmashen, Batmashen. So, sie ist die Kriegerin des Elements Wasser und das ist ein Ork oder irgendwas, den kann ich mit Wasser töten. Ja, ihre, sie hat, jeder, äh, Charakter hat halt eine besondere Fähigkeit, sie hat halt Wasser. Und wenn sie gedrückt hat, kann sie das Wasser nach oben und nach unten schießen. Oder einfach nur laufen, es ist halt Wasser. Und das ist, tut eigentlich voll gar nicht weh und das fällt runter, sie ist cool. Jeder Charakter hat übrigens, äh, zwei Fähigkeiten, wo ich gerade mal erwähnen sollte, vielleicht... Oh, scheiße. Äh, komm ich nicht von hier? Nee. Ah, okay. Er will magisches Bumerangstöckchen haben, Stöckchen holen ist langweilig. Okay, Bumerangstöckchen, ich hole ihm Bumerangstöckchen und er gibt mir was Schönes dafür. Oh, ey, nein, er hat mich getroffen, du Spast, stirb mit Wasser. Und ich bin richtig gut im Kisten kaputt machen, wie man sieht, also... Die muss ich jetzt irgendwie glitschen und tricksen, dann kann ich die kaputt machen. Nee. Irgendwie so ging das. Äh, ich hab keine Ahnung mehr, irgendwie konnten man diese Kisten kaputt... Da. Jetzt hab ich sie kaputt geglitscht. Und die auch. So, kann ich hier hoch? Yay, ich kann da hoch, ähm... Roter Trank und jetzt... Nee, doch noch nicht. Erstmal ganz hoch. Blöp, 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 blöp. Yay, Secret found. Und... Äh, gibt's hier... Wow, es geht noch weiter hoch, wie krank ist... Oh, scheiße, das ist der richtige Weg. Ähm... Das ist so ein richtig schönes Spiel, wo mich ein bisschen Secrets handen kann. Und zwar blank hier, diesem, äh, gehirnamputierten Froschviechie, kann ich das Bumerangstöckchen geben. Und er gibt mir so einen grünen Trank. Äh... Den ich gerade nicht brauche. Ich glaub, der macht Heilung oder irgendwas. Super. Manchmal gibt er mir richtig nützliches Zeug. So, jetzt zeig ich euch die zweite Fähigkeit von Irma. Wups, wenn ich den Knopf gedrückt halte, bin ich... Wow, scheiße, vielleicht sollte ich die ganze Zeit gedrückt halten. Bin ich so eine süße Blasche und... Ups, muss manchmal ein bisschen zielen. Das Ding ist echt schwer zu kontrollieren. Komm, runter. Ah, scheiße. Jetzt muss ich wieder aufladen. Also, die zweiten Fähigkeiten sind meistens ein bisschen tricky. Also, ich erinnere mich bei... Irma war sie wirklich tricky, weil durch sowas durchzukommen, ist verfickt schwer. Da musst du echt auf dem Pixel genau durch. Wenn du da normal durch... Wenn man da normal durchschwebt, dann geht das gar nicht. Ne. Okay, dann ein wenig Geduld. Ich mochte sie nicht. Sie war irgendwie... Komm, runter. Runter. Los, durch, 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 durch. Zieh, zieh. Ah, Mädel. Ich nehme jetzt mal Anlauf. So ein Dreck, ey. Ich kann das nicht. Das ist so ein Mist. Da muss man auf dem Pixel genau durch. So, jetzt aber. Ah. Jetzt zieh halt. Zieh halt. Los, los, los. Yay. Und jetzt habe ich eine Wasserkugel gefunden. Wasserkugeln machen, dass, äh, die Attacken, äh, besser werden. Beziehungsweise, weiter. Scheiße, ähm. Irgendwie ging das hier. Irgendwie konnte man die Dinger kaputt machen. Ah, sie ist so dumm. Sie kann sowas nicht kaputt machen. Manchmal sind ja echt tolle Sachen drin. Jetzt muss ich wieder rauskommen, so ein Scheiß. Hopp. 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 Kommt, zieh. Scheiß Blase, ey. Dreckig zu kontrollierendes Ding. Los, blubbel, blubbel. Ja. Ja. Komm. Okay. Dann nutze ich auch noch gleich die verbleibende Zeit und fliege hier hoch. So ein Mist, ey. Ich mag sie überhaupt nicht. Sie ist so scheiße schwer zu kontrollieren. So. Jetzt gehe ich den richtigen Weg, den ich vorhin schon gefunden habe. Hm. Super. Flug Energie leer. Hopp. Hopp. Ich habe Spaß an dem Spiel. Ich will die anderen Charaktere. So. Stirb durch Wasser, was ich immer noch sehr logisch finde. Warte. Ist er tot? Ja, ist er. Äh. Hoch, runter. Äh. Wie gehe ich durch diese Tür? Äh. Leute. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich durch die Tür gehe. Ah, warte. War das nicht irgendwie hoch und A oder hoch und B? Ich weiß es nicht. So ein Scheiß. Oh, was ist das? Okay. Ich habe gerade ein Select vielleicht. Start. Nee. Okay. Das ist es nicht. Äh. Leute. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Muss ich vielleicht davor stehen? Äh. Äh. Aufgeschmissen. Äh. So ein Scheiß. Ich komme noch nicht durch. Türpone Stampo. So ein Scheiß. Ähm. Bin gleich wieder da. Vielleicht ist da Jamp. Okay. Ich habe es geschafft. Ähm. Dumm. Richtig dumm. Ich musste einfach nur nach oben gedrückt halten. Also. Stampus. You. Fail. Definitiv. Und die Musik wird anders. Yay. Ich mag sogar die Musik lang. Ey. Wasser. Wasser. Weg. Weg. Nee. Es ist Feuer. Ich bin Wasser. Gott. Dauert das lange. Ich dachte, ich habe schon ein Power Upgrade gekriegt. Ja. Los. Verreckt. Ich will noch ein Power Upgrade. Ich glaube, es gibt in jedem Level drei Power Upgrades. So, dass die Fähigkeit irgendwann richtig immer wird. Wow. Den will ich noch nicht. Und. Wow. Scheiße. Die respawnen die Typen. Nicht gut. Also muss ich hier höllisch aufpassen. Da. Na. Da. 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 Stress doch nicht. Menno. Ich mag sie die Passage mit ihr nicht. Komm. Durch da. Durch da. Ja. So. Power Upgrade. Einmal testen. Wop. Na. Schieß. Schieß. Und. Yay. Schon ziemlich weit sogar. Und es verbraucht aber auch mehr Energie. Los. Flieg kleine Fee. Flieg. Flieg. Woo. Und. Oh yeah. I got the Waterstone. Or something like that. Bin ich jetzt imber? Oder bin ich nicht imber? Oh. Vielleicht gedrückt halten. Nur vielleicht. Na. Wäre ja mal eine Idee. Ah. Komm. Komm. Ah. Reagier du schwerfälliges Blasendingens. Komm Mädel. Du bist nicht fett. Du passt da durch. Ah. Du bist eher magersüchtig als dass du fett bist. Hallo. Äh. Komm da durch du Viech. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Ich mag sie nicht. Irgendwann ist es kacke. Irgendwann ist es richtig kacke. Warum wollte ich das Spiel nochmal gleich spielen? Ach ja stimmt. Weil es Spaß bringt. Äh. Fail Spiel. Da kommt. Den auch gleich weiter. Den nutze ich das. Dieses schwerfällige Scheißding hier. Plapp. Da 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 da. Du gehst weg. Als wenn du mir Schaden machen würdest. Du sparst. Ich mag diese Level. Will alles erkunden. Alles erkunden. Los. Lad auf. Lad auf. Flap. 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 Ich bin eigentlich mein Darling. So. Auch die Passage wird jetzt wesentlich einfacher mit dir. Weil ich da auch einfach nur oben gegen die Decke knallen kann und dann Gas geben. So. Hier. Vollgas. Brum. Brum. Nee. 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 Stopp. Äh. Zurück. Zurück. Wiederholen. Man. Okay. Weiter. Ich hab da garantiert irgendwas verpasst. Naja. Who cares. Ähm. Kopf hoch. Oder war sie Irma? Nee. Sie war Tara. Okay. Was kann sie denn? Sie kann. Oh. Sie kann Feuer schnell feuern. Was kann sie noch? Ja. Fliegen halt wie alle anderen. Oh. Nett. Sie kann so eine Feuerkugel erschaffen. Und damit Spinnenweben verbrennen. Äh. Sag nicht, dass jetzt hier Spinnen kommen. Das hatten wir letztes schon. Ich mag keine Spinnen. Oh. I found a key. Aber sie kann zur Abwechslung endlich mal was kaputt machen. So. Durch ihre Power Upgrades wird einmal ihr Schuss schneller. Und. Äh. Diese Kugel kriegt eine größere Range. Das heißt, ich kann damit richtig Schaden machen. So. Jetzt hab ich's. What the shit. Da bin ich ja richtig weggeglitscht. Wie geil. Also. Wow. Nein, nein, nein. Spinne, 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 spinne. Spinne. Ah. Mach weg. Mach weg. Mach weg. Mach weg. Oh. Oh. Ja. Ich erinnere mich. Die Spinnen hier waren echt böse. Oh, die kamen einfach von der Decke runter und. Da. Spinne. Spinne. Ah. So ein Scheiß. Echt. So ein Scheiß. So. Da. Da schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Spinne. Obwohl hier sind die Spinnen noch relativ einfach und süß. Das geht noch ganz gut. Oh. 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 Fuck. Fast runtergefallen. Aber ich erinnere mich auch noch, sie hat irgendwie öfter Schaden bekommen, weil irgendwie hassen die Fächer sie. Yay. Leben. Das bringt nur ein Balken. Was ist das für ein Scheiß? Rums. Da. 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 Das ist so logisch. Mit dieser Feuerkugel kann ich das kaputt machen und die Spinnen darunterrollen. Aber nur hiermit kann ich die Spinnen töten. Oh. Spinnen töten. Spinnen leichen. Ich tanze auf eure Leichen. Tanz. Tanz. Ich bin eine brutale Fädie. Die wehrlose Spinnen tötet. Da. 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 Ich hasse die Spinnen hier. Die sind böse. Die kommen von der Decke und ziehen einen hoch. Will nicht. Will nicht. Und. Die sind ja noch eine Nummer fieser. Die krammeln die Wände hoch. Unfair. Oh. Oh. Power Upgrade. Okay. Immer Schnellfeuer und. Ui. Immer große Reichweite. Mach weg. Mach weg. Mach weg. Geh weg. Okay. Ich dachte hier war eine Spinne. Schade. Oh. Plöpp. Plöpp. Ah. Spinnen. Spinnen. Will nicht. Will nicht. Will nicht. Oh. Warte. Auf den warte ich erstmal kurz. Dafür brauche ich volle Power. Du glaubst du kannst schießen? Du glaubst du kannst schießen? Stirb du Bastard. Hässliche Orkviecher. Ich habe schon wieder das Gefühl ich habe irgendwas ver... Hallo? Yay. Diesmal glitsche ich mich nicht durch die Tür. Schade. Oh. Okay. Das ist wirklich eine große Reichweite. Dadadadadadadadadadadadam. Und ich glaube die Dinger sind sogar zielverfolgend. Beim dritten Health-Upgrade sind meine Schüsse zielverfolgen. Ja. Sind sie. Nicht Health. Beim dritten Power-Upgrade. Das wollte ich sagen. So. Du weg. Du weg. Und keine Range mehr. Und keine Energie mehr. Ah. Spinnen. Dadadadadadam. Wups. Jetzt muss ich erstmal wieder fliegen. Fliegen. Dadadadam. Ah. Boah, nein, nein, Spinner, Spinner! Die will euch nicht. So ein Dreck, ey. Geht weg. Oh, jetzt habe ich schon drei von den Upgrades. Oder vier? Keine Ahnung. Einfach nur imba-mäßig stark. Kurz gucken. Na, wie weit? Ja, ich kann einfach mal die komplette Stage damit ablaufen. Ist logisch. Äh, sie mag ich definitiv am liebsten, weil mit ihr ist Secretanten so schön einfach. Und sie kloppt auch noch guten Schaden rein. Doch, Tarane mag ich. Tarane ist eine tolle kleine Schmetterling. Ne, kleine Schmetterling? Über das Rasterzöppe. Finde ich auch süß. Doch, irgendwie süß. Ich hoffe, das ist so ein richtiges Knopfspiel für Stampe. Yay. Ah, hier irgendwas. Da kann ich schon mal kaputt... Wow. Was ist das für ein Hardcore-Fieh? Ich habe nur noch drei Energie. Da sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Hier irgendwas? Nö. Denn halt nicht. Ich glaube, ich will zu dem Hardcore-Fieh. Oder? Wow. Scheiße, scheiße. Wirklich Hardcore-Fieh. Wow, 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 wow. Scheiße. Okay, da brauche ich einen Schlüssel für. Dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, der Schlüssel ist hier unten irgendwo. Oh ja, komm, komm, Energie. Na, super, einbalken. Bringt's richtig. So. Oh, 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 oh. So was habe ich erwartet. Spänne, Spänne. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kommt runter, ihr Spinn. So, sie ist toll. Oh, 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 oh. Oh, danke. Danke, Flugalexia. Das kann ich jetzt richtig gut gebrauchen. Komm, Button meschen. Button meschen. Button meschen. Wow. Okay, mit Speed-Taste Button meschen geht gar nicht. Merke ich mir. Merke ich mir. Geht überhaupt nicht. Dann müsste ich auch noch einen Speed-Knopf belegt haben. Wie, jetzt der Flugtrank ist schon wieder zu Ende? So, schlaffes Zeug. Ich habe bessere Drogen, wirklich. Ich habe wirklich bessere Drogen. So. Jetzt brauche ich einen Moderatoren-Schluck. Weil es mir Spaß macht. Und ab durch die Mitte. Äh, Mitte. Da durch. Genau. Bata-dam. Plöp. So. Wo geht es hier lang? Hier ist... Oh ja, Leben, Leben. Danke. Erstmal erkunden. So, da ist ein Typ. Achso, wenn ich irgendwelche Gegner damit berühre, dann verschwindet das. Hier nichts. Hier nichts. Oh, da ist blank. Das Ding kann ich noch verbrennen. Und das da. So. Da mehr Leben. Äh, da ein Amulett. Ich lehne mich mal wieder ganz weit aus dem Fenster und sage, das gehört blank. Wow. Weil... Blank braucht Schnurr-Telefon. Blanks-Telefon. Alt. Blank nicht cool. Äh. Schnurr-Telefon. Okay. Dann brauchst du wohl kein Amulett. Schade, blank. Ein Amulett ist wesentlich cooler als ein Schnurr-Telefon. So, erstmal die ganzen Dinger hier abbrennen. Ich versuche auch wirklich in jeder Stage blank zu kriegen, also. Da ist der Secret Hunter-Media. Das will ich einfach. Wah, wah. Was ist das? Ist das ein... Ah. Und der will auch immer so einen richtig tollen Scheiß haben. Jetzt checke ich es erst. Schnurr-Telefon. Das ist eine Dose mit der Schnur dran. Das ist ein Dosen-Telefon. Ah, blank will einfach immer nur die herrlichsten Sachen haben. Das ist so wunderbar. Ich hole ihn mir wirklich in jeder Stage. Und ich bin wieder full live. Also, so wirklich schwierig ist das Spiel nicht. So, nimm das und gib mir was Tolles.